Von Wegen Kinder Beautik Wehen! Hone Bobo wird zur Frau. Wo ist die groß geworden? Alana Thompson, 12, ist seit 2012 aus der US-amerikanischen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit dem Spitznamen trat das damals sechsjährige Mädchen in der Sendung Todlers und Tiaras bei Kinderschönheitswettbewerben an. Später bekam sie ihre eigene Spin-Off-Serie Hier kommt Bobo. Mittlerweile ist der quirlige Zwerg schon fast ein Teenager und kaum wieder zu erkennen. Nach dem Ende des Formats 2014 startete im vergangenen Jahr eine neue Show um Alana und ihre Familie. Ihre bis dahin übergewichtige Mutter Younesanon nahm nämlich über 130 Kilo Gewicht ab. Zu Promo-Zwecken für die zweite Staffel von Mama, from not to hot kamen die beiden Ladys nach New York. Auf den Paparazzi-Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die ehemalige Mini-Beauty-Queen Alana mittlerweile zur Frau heranwächst. Ihr breites Lächeln trägt sie aber noch immer. Mama und ihren Töchtern stehen auch in diesem Jahr wieder aufregende Zeiten bevor. Wie im Dreier zur Serie bereits zu sehen war, will die Blondine mit Alana an einem Mutter-Tochter-Schönheitswettbewerb teilnehmen. Außerdem scheint die Vierfach-Mutter ihren neuen Freund heiraten zu wollen. Die Vierfach-Mutter-Schönheitswettbewerb